hallo leute ab sofort gibt es jetzt ja einen kleinen spontan livestream über resident evil revelations teil 1 auf twitch einfach mal vorbeigucken wenn ihr lust habt es wird heute ein bisschen länger gehen je nachdem wie ich lustig bin ja würde mich freuen und bis später tschüss und adi